Nachdenkseiten Die kritische Website Der Nagel im Sarg des Kommunismus Ein Artikel von Ulrich Haydn aus Moskau, verantwortlich Redaktion Vor 30 Jahren wurde in Russland unter Anleitung von US-Beratern das Staatseigentum verscherbelt. Nach Bolivien wurde auch Russland einer Schocktherapie verordnet. Westliche Lobbyisten gingen damals bei der russischen Regierung ein und aus, Oligarchen übernahmen die Macht, das Volk verarmte. Als ich im Frühjahr 1993 in Moskau aus der U-Bahn kam und durch die langen Fußgängertunnel auf die Straße ging, sah ich sie stehen. Menschen in einfacher Kleidung, mit einer Woll- oder Pelzmütze auf dem Kopf und mit einem Schild vor der Brust. Darauf stand nur das Wort Kubliu, ich kaufe. Alle wussten, was da aufgekauft wurde. Voucher, das Warnberechtigungsscheine für den Erwerb von Aktien bei Staatsunternehmen. Ein Voucher pro Person mit einem Wert von umgerechnet 17 Dollar. Alle Russen, also Erwachsene und Kinder, bekamen ab dem 1. Oktober 1992 einen Voucher im Wert von 10.000 Rubel. Das waren damals 17 Dollar und etwas mehr als das durchschnittliche Monatseinkommen eines Ingenieurs, das damals bei 7.500 Rubel lag. Die Voucher waren keine Eigentumstitel, sondern Berechtigungsscheine für den Erwerb von Aktien von staatlichen Unternehmen. Jeder dieser Berechtigungsscheine hatte eine Nummer. Dass der Name des Voucher-Besitzers auf dem Dokument nicht eingetragen wurde, war beabsichtigt und öffnete später Betrügern Tür und Tor. Der Wert der russischen staatlichen Unternehmen war 1992 auf 1.400 Milliarden Rubel geschätzt worden. Dementsprechend wurden 140 Millionen Voucher für die Bürger Russlands ausgegeben. Der Wert der Voucher entsprach nach Berechnungen von Ökonomen etwa dem Wert von einem Drittel der russischen Staatsunternehmen. Für einen Voucher könne man sich zwei Autos der Marke Volga kaufen, versprach Anatoly Chubais, der als Leiter der Behörde für Staatseigentum die Privatisierung der Staatsbetriebe über Voucher leitete. Da aber die meisten Russen nicht wussten, was sie mit ihrem Voucher anfangen sollten, sank der Wert der Berechtigungsscheine innerhalb von wenigen Monaten auf 3.000 Rubel. 40 Millionen Russen erwarben mit ihrem Voucher Aktien in neu gegründeten Investmentgesellschaften. Doch ein großer Teil der Russen ließ die Voucher einfach im Wohnungsschrank liegen. Wir wussten nicht, was wir mit den Vouchern machen sollten. Ich frage meine Bekannte, die Moskauerin Olga, sie war damals 26 Jahre alt, ob sie auch einen Voucher bekam. Ja, sie und ihre Eltern hatten auch einen Voucher bekommen, Zitat, aber ich habe das alles nicht verstanden. Wir waren es nicht gewohnt, dass solche Dokumente Geld wert sind. Und wir wussten nicht, was man damit machen muss. Wir kannten damals nur zwei Sachen, staatliche Wertpapiere und das Sparbuch, Zitat Ende. Ob es denn keine Aufklärung vom Staat gab, frage ich Olga, die jetzt im Internethandel arbeitet. Zitat, Nein, alles lief auf der Ebene von Gerüchten. Später habe ich dann erfahren, dass Leute, die Geld hatten, Voucher aufkauften, Zitat Ende. Ich frage meine Bekannte Lena. Sie ist 60 Jahre alt, hat Mathematik studiert und lange als Geschäftsführerin in der Luftfahrt gearbeitet. Zitat, Obwohl Lena und ihr Mann Kostja exzellent ausgebildete Wissenschaftler waren, hatten sie fast kein Geld. Wissenschaftliche Institute bezahlten ihre Mitarbeiter damals nur in großen Abständen oder gar nicht. Durch die chaotische Wirtschaftspolitik der sogenannten jungen Reformatoren, Ministerpräsident Diego Kadjar und Anatoly Chubais, konnte der Staat seinen sozialen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Ein bisschen bereut Lena, dass sie ein Voucher damals im Schrank hat liegen lassen. Zitat, Wir wussten damals nichts von der Marktwirtschaft. Dabei hätte ich mit den Vouchern etwas für meine Familie machen können. Zitat Ende. 9.000 undurchsichtige in Anführungszeichen Auktionen in eineinhalb Jahren Zwischen Dezember 1992 und Februar 1994 gab es in Russland 9.000 Auktionen, auf denen Aktien gegen Voucher verkauft wurden. Die neuen Besitzer der Staatsunternehmen wurden Geschäftsleute, welche bis heute auf der Liste russischer Milliardäre stehen, schreibt die Nachrichtenagentur TASS in einer Analyse. Während in einer Übergangsphase noch sogenannte rote Direktoren die Nutznießer der Privatisierung waren, rückten an ihre Stelle bald gut ausgebildete Russen, die ihre ersten Erfahrungen als Unternehmer mit Kooperativen gemacht hatten. Die frischgebackenen Unternehmer waren oft Absolventen technischer und naturwissenschaftlicher Universitäten. Manchmal auch Konsumolsekretäre, wie der spätere Ölmagnat Mikhail Jodorowsky. Eigentumskonflikte wurden damals mithilfe von Mafiagruppen geregelt. In den Großstädten waren plötzlich Schießereien damals keine Seltenheit. Finanzpyramide MMM schädigt Millionen Russen Hunderte von Investmentgesellschaften entstanden damals. Eine dieser Gesellschaften hieß MMM. Mit ihren Betrügereien schrieb sie Geschichte. MMM wurde 1989 von Sergei Mavrudi als Kooperative gegründet, importierte zunächst Bürotechnik und baute dann eine Finanzpyramide auf. Wie verlief der Betrug genau? MMM kaufte von den Bürgern Voucher auf und kaufte mit diesen Vouchern Aktien in einem funktionierenden Unternehmen. Danach wurden diese Aktien für den Preis von einem Rubel an eine dritte Firma verkauft, die kriminelle Geschäfte machte. MMM erklärte seinen Einlegern, man habe leider keinen Gewinn gemacht und könne keine Dividenden auszahlen. 2003 wurde Mavrudi wegen Betrug im großen Maßstab verurteilt. Doch Mavrudi blieb im Geschäft. 2014 baute er in Afrika und Asien sein Investmentunternehmen MMM Global auf. Ich frage Sergei, meinem Bekannten, dem ich im Herbst bei der Apfelernte auf seiner Datscha geholfen habe, wo er seinen Voucher aufbewahrt habe. Der 53-Jährige, der als Systemadministrator arbeitet, meint, die Voucher seien wohl verloren gegangen, zumindestens nicht auffindbar. Ob man heute noch Voucher einlösen kann? Sergei bezweifelt, dass die Datenbank über die Voucher-Ausgabe überhaupt noch existiert. Da noch irgendetwas einzuklagen, sei deshalb wohl unmöglich. Junge Reformatoren – eigennützig und machthungrig Privatisierungschef Anatoly Jubeis erklärte vor einigen Jahren in einem Interview für das russische Fernsehen, Zitat, Wir wussten, dass jede verkaufte Fabrik ein Nagel im Sarg des Kommunismus ist. Ob das teuer, billig, umsonst oder mit Zuschlag ist, das sind nebensächliche Fragen. Zitat Ende Man habe damals Fragen von einem Maßstab entschieden, die vielen im Westen nicht klar gewesen seien. Zitat, Die Hauptaufgabe war es, den Kommunismus zu stoppen. Diese Aufgabe haben wir erfüllt. Zitat Ende Jubeis war damals 37 Jahre alt. Er folgte den Ratschlägen des aus den USA eingeflogenen Wirtschaftsberaters Jeffrey Sachs, der nach Bolivien nun auch Russland eine Schocktherapie verordnete. Westliche Berater gingen damals bei der russischen Regierung ein und aus. Wladimir Putin meinte vor kurzem, unter ihnen seien auch CIA-Agenten gewesen. Der Leiter des Wirtschaftsinstituts der Russischen Akademie der Wissenschaften, Ruslan Greenberg, erklärte gegenüber Gazeta Dodru, die Privatisierung um jeden Preis habe bei den Russen zu einer psychologischen Verletzung geführt. Zitat Politisch hatte die Privatisierung um jeden Preis dramatische Folgen. Der oberste Sowjet, der seinen Sitz im Weißen Haus in Moskau hatte, wurde im Oktober 1993 auf Befehl von Präsident Boris Yeltsin mit Panzern beschossen. Das sei ein Staatsstreich gewesen, erklärte der Ökonom und Kremlberater Sergej Glasev. Denn der oberste Sowjet, das damalige russische Parlament, habe sich, Zitat, gegen die chaotischen Entwicklungen in der russischen Wirtschaft gestemmt, Zitat Ende. Durch den Staatsstreich sei eine kriminell-oligarchische Diktatur geschaffen worden. Warum sprach der Kremlberater Glasev von Staatsstreich? Nach der Beschießung des Weißen Hauses, der Verhaftung von Vizepräsident Alexander Rutskoy und Abgeordneten des obersten Sowjet, ließ Yeltsin eine neue Verfassung ausarbeiten, die Russland von einer Parlaments- zu einer Präsidialrepublik machte. Die Menschen kämpften um ihr Überleben Am 31. Dezember 1991 hatte die Sowjetunion nach 70 Jahren aufgehört zu bestehen. Und nun ging es Schlag auf Schlag. Die Menschen hatten kaum noch Geld für Nahrungsmittel. Sie kämpften um ihr Überleben. Vor diesem Hintergrund hatte die russische Regierung leichtes Spiel. Mit Widerstand war nicht zu rechnen. Am 2. Januar 1992 trat eine von Präsident Boris Yeltsin angeordnete Freigabe der Verbraucherpreise in Kraft. Dies war der erste Schritt einer Schocktherapie, mit welcher der damalige russische Ministerpräsident Yegor Gaidar Russland innerhalb kurzer Zeit von einer Plan- in eine Marktwirtschaft überführen wollte. Die Läden füllten sich zwar nun wieder mit Waren, aber die Bürger hatten kein Geld mehr, um diese Waren zu kaufen. Der Rubel war durch die Hyperinflation wertlos geworden. Die Inflationsrate kletterte 1992 auf unvorstellbare 2.600 Prozent. Damit waren alle Sparguthaben der Sowjetzeit auf einen Schlag entwertet. Die Industrieproduktion sank um 42 Prozent. Gaidars Schocktherapie führte zu massiven sozialen Einschnitten und zu einem Wirtschaftschaos, in dem sich Mafiagruppen und Raubritterkapitalisten ungehindert bereichern konnten. Von 1989 bis 1997 sank die Industrieproduktion um 42 Prozent. 1995 lagen die Realeinkommen um 45 Prozent unter dem Einkommen von 1991. Die Masse der Bevölkerung verarmte buchstäblich über Nacht. In den 1990er Jahren plünderten sogenannte Novei Ruski, neue Russen, wie man neureiche Geschäftsleute damals nannte, die gesamten Reichtümer des Landes. Der Staat verarmte, weil niemand einen Gedanken daran verschwendete, Steuern zu entrichten. Die Buchhalter der Unternehmen überreichten den Mitarbeitern den Großteil des Gehaltes im Briefumschlag, um Steuern zu sparen. Für den Rohstoffexport gründeten die neuen Unternehmer Offshore-Gesellschaften auf den Kanalinseln und auf Zypern. Erdöl, Metall und Holz wurde, um Exportsteuern zu sparen, zum Niedrigpreis an die Offshore-Gesellschaften verdielt und von denen dann zum höheren Weltmarktpreis an die Endabnehmer weiterverkauft. Bis heute liegt die Einkommenssteuer in Russland bei 13 Prozent, egal ob für Arbeiter oder Milliardäre. Diesen niedrigen Steuersatz hatte Putin Anfang der 2000er Jahre damit begründet, dass man die Offshore-Gesellschaften nach Russland zurückloggen wolle. Doch den Oligarchen war Patriotismus fremd. Sie blieben, wo sie waren. Quellennachweise und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.